Ja, Hallöchen meine Lieben und Willkommen zurück zu Let's Play Deater Rune, ja, Deater Rune Chapter 2. Das ist mal an mir den Normal Run oder so, kann man nennen möchte, abgeschlossen. Heute fangen wir den Snowgrave, die Snowgrave Road an. Allerdings werde ich dann ein bisschen den, ähm, den, ähm, den, ähm, Schöpfen-Wohnenfalls. Ähm, ja, werde ich wahrscheinlich ein bisschen Dialog, es gibt nur so ein Kram. Ist ja hier own name. Also muss ich hier quasi, wie, wie mach ich das denn? Achso, so ist das gemeint. Das war ja, ähm, das kann ich halt leider nicht nutzen. Ähm, ähm, ja, nehmen wir mal, keine Ahnung, das Kapitel. So. Chris, Chris Honey, are you, Emraum Asha? das gibt mir einfach mal alles hat man schon wirklich schnell dahin kommen wo wir hin müssen dementsprechend let's go naja und ich kümmer uns auch noch meine es gibt 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 Hier kommt schon die erste, wo ich mal was probieren werde. Hey, out here, what do we say? Crime. You know, just committing crimes. Just gonna do some crimes and go to jail. Forever. It sucks. Oh, um, uh, that sounds, um, just have fun with you too. I am be at the library. Kiss ich viel kurz bringen herbein, das hat man schon. Okay, das ändert nicht so viel, ehrlich gesagt. Ja, 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 bla, 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 bla. So. Die Dioro gab mir eigentlich schon. Dementsprechend skippen die alle. So, warte mal, ich rufe nach der Spiele. Kleine, wenn ich laute, dann kommt uns ja ein bisschen leiser vor. Ein bisschen zu leise vor. Ja, ja, bla, 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 bla. So. Ja, ja. So, und... Na, kommt ein Grinder. So, ist mir noch irgendwas erledigen? Ich weiß es gar nicht. So, bin mir frei, bitte. Weil, wir werden nämlich dann jetzt auf diesem Spielstand, den die Snowcrave überhaupt machen. Wir skippen das, achso, wir müssen erst ins Castle, okay. Schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Wir müssen, glaube ich, eben hoch oder so, ne? Und genau, ich glaube, hier oben, ne? Oder so. Wo war das denn? Wo war das denn? Rooms oder so? Rooms. Hey. Blablabla. 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 Danke, so. So. Kann ich jetzt gehen? Rooms oder Dunau. Ja, ich liebe jetzt auch, weil ich muss nämlich ganz schnell zum... ganz schnell um die Cyber-Wort. Ja, es erinnert mich auch, warum, äh, äh, warum, äh, 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 warum, äh, 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 Wups, wups. Die Cyber-Wort. Ich kann auch nicht mal aussprechen. Jetzt zur anderen Dark-Wort, weil wir den mitgenommen haben. Ja, 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 ja. Blablabla. 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 So, wo war noch mal die Library? Die war doch hier links, ne? Herr Fink, genau. Ja. Let's go, let's go. Hi. Du weißt, du weißt. Du weißt. Ne, genau. Das ist jetzt die Szene jetzt hier. Oh. 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 Vorspeisen. Nicht treffen lassen. Ewan Ross. Somebody help me. Somebody please. Ah. Moin, Queen. So, und zwar, ähm, müssen wir die jetzt schon umbringen, das Ding, wie können die ihr angreifen, weil sonst verschwinden die, also wenn deren HP auch nur sinken, also es ist so im Snoblade Route, wir müssen, sobald wir nur L bekommen haben, alle Gegner, die wir bis dahin schon mal getroffen haben, müssen es an die wir rankommen, mit ihrem Eisshock Zauber umbringen. Ähm, ich weiß nicht, ob das hier mit dem Ding auch so ist, also ich glaube, man kommt ja gar nicht mehr zurück, ne, man landet ja dann unten in dem, in dem Müllhaufen-Dingsbums da, dementsprechend, machen wir einfach mal, was soll's, ja, Mist, ne Attacke kann ich immer noch nicht, aua, aber schon ein bisschen besser als vorher. Und schüss. Du bekommst stronger, okay, jo, nice, fighting again after so long, now let's go catch up with the Queen, oder auch nicht, or not, doch, ja, well say, blablabla, ich weiß immer noch nicht, wie du hergekommen bist, aber lassen wir es einfach mal so stehen, was soll's, so, ha, ha, ich immer noch ganz auch bei dem Song. Winfield extends before you end in the distance, a city shines brightly, we are filled with the power of a new adventure. Aber das Lied schon eben lange nicht mehr gehört in Cybersworld. Ah! Wie wär's? Ich weiß, den kann man jetzt mal aus, außer Geld bringen die ja eh nicht viel. Dementsprechend... Und Geld? Guck da. Der HG-Bomben ist nicht überdünnt, glaub ich. Cloud Rest. Äh, was soll ich nochmal... Das war, glaub ich, so ein Ding, ja genau. Starfresser made of Goliaths, a start of shop going lights. Über die Diffinschränken... Okay. Kann man das geben? Ich weiß nicht, wie ich mich das erste Mal gegeben habe, aber egal. Hm. Du, 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 du... Du, 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 du... Na? Na, gerade nicht. Was ist das? Hm. Moin moin. Und tschüss. Was ist das? Mann. hmm 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 our um um what is this really edible cyberpedia it's a guide and entry I also wrote an article about losing recruits, read it losing recruits ok from now on defeating enemies with violence will make them lost lost enemies cannot become recruits ever again but the bonds will may make you stronger yeah hmm 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 yes and yeah yes well we just have to go to the other and then we always have to go to the other what ich weiß nicht ob das hier bei dem schon irgendwas irgendwie irgendwas ändert ob unser l wie steigt ich weiß nicht ob ich hier für lauf stege für was anderes also vielleicht weil es kommt jetzt die szene wo wir gegen sie fans ausspielen müssen glaube ja oder ja 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 Oh Die sind ja so ein bisschen als so teuer als wir wieder in den Endkampf da, ne? Guck dir auf da. Poslum? Poslum? It means titty. We know what it means. We aren't helping you. Understood. Preference to being said to perish. Come on, let's go after her. Okay. Moin! Oh. Hau! Weihnacht. Moin. So viel Geld hab ich eigentlich. Ähmm. Was ist weniger los? Ah, ja, okay. Also, again, I have one, two. Du hast selten dem. So, hab ich mich grad ein bisschen verarscht. Äh, selber. Nicht wie 100 bezahlt hat, das ist aber egal. So. Oh, da ist noch mal was. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo was war hier. Miau, 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 miau. Ja, ich weiß, wie ich hab ein bisschen still. Stimmt aus, das ist nämlich aber, dass ich hier nix, nix irgendwie verpassen würde. Aber, dementsprechend. Inside of the tourist. Äh, das ist nicht das, dass wir da genauer Zeit, dass wir das hier schon haben. Ich denk, ich zieh das mal. Mit, ähm... Nein. Kim's, du bist stuck. Hat man das schon mal gehabt? Weiß gar nicht. Hab ich gesagt. Moin, vihubi, huku. Du stirbst auch an der Spy von Todes. Tschüss. Und das... Don't let this bug ya. Oh, tschüss. Ah ja. Ja, ich erinnere mich. It is enough of what you do it. Äh, A, G, E.